Gut, 20. Spieltag und wir haben jetzt das Spiel auf Augenhöhe mit Borussia Mönchengladbach. Und wir sind jetzt Fünfter, es hat wirklich hingekaut. Ja, da seht man, was zwei so Siege bewegen können. So, pass auf, die Herrschaften spielen. Ey, das schaut geil aus. Das nehmen sie. Und Cisoco ist nicht so in Form, aber er bleibt drin. Dafür muss, ja, wir müssen unbedingt einen Außenverteidiger kaufen. Also im nächsten Transfermarkt brauchen wir einen Außenverteidiger und einen guten Innenverteidiger, auf jeden Fall. Ochs, der kann links und rechts spielen. Pass auf, den nehmen wir mit. Und ansonsten sind Oli fit, gell. Geil. Ist selten. Gut, dann, ich sagen, sperren wir so. Gut, dann, wir gehen. Gut, dann, wir gehen. Gut, dann, wir gehen. Gut, dann. Jawoll, wir haben mal wieder ein Heimspiel. Und zwar gegen die Klappbacher. Mal schauen, wie man schlug. Mascherano. Raffel. Gut gemacht. Unteren Diegmeier. Ja, das ist eigentlich so der Schnellste, das muss man sagen. Jansen. Und Chamberlain. Der in zwei Spielen viel Tor geschossen hat. Super. Hey, warte mal. Schau dir immer. Der hat immer noch einen Ball. Boah, gleich mal die erste Chance. Die Klappbacher. Und das war meine Janschke, oder? Der ist einfach durch. Ich glaube, die Klappbacher losen sich nicht aus. Ich bin wie die in Nürnberg. Die haben wir nämlich vom Platz geschossen. Und Van der Vaat ist auch mal wieder fit. Das ist gut. Mascherano. Van der Vaat. Ja, Lasuwe kriegt denn die Gummi. Foul. Kannst du. Wer läuft gar keiner? Scheiße. Mal zurückspielen. Vorsicht. Kuse. Au. War nicht so günstig. So. Abau. Adler hat ihn. Und bisher haben wir noch kein Gegentor gekriegt in der Rückrunde. Also noch nicht. Die kommen noch. Und umhaut läuft Chamberlain. Jawoll. Wow. Der erste große Torstand. Und dem hat er am Ball in die Fresse geschossen. Ecke. Oh, die kommt gut. Aber leider drüber. Ja, wenn die öfters so kommen, dann könnt ihr mal wieder ein Kopfballteil von ihnen. Also nach der Ecke meine ich. Van der Vaat. Chamberlain. Ja, da war der andere schneller. Ja. Ja, das war natürlich nix. Ich geh. Mach der nicht. Einwur für uns. Super. Trappt sie mir. Meister. Mascherano. Dickmeyer. Wieder beißt er. Bus. Das war abseits. Na gut. Ja gut. Gut. Der Ball ist ja von uns. Wie kommen wir? Wir haben zwar nicht direkt geschossen. Und wieder Chamberlain. Jawohl. Chamberlain. Macht schon wieder. Gibt's denn sowas. Sein fünftes Tor. Im dritten Spiel. Hammer, oder? Ich glaub der Einkauf hat sich lohnt. Und dafür, dass der wirklich nicht gut in den Abschluss ist. trifft er ganz schön oft. Man muss sagen. Ja, das war mal wieder schön ausgespät. Tja, und somit fünft man gegen den Klappbacher. Mit 1-0. Lassoga. Und man trennt schon wieder Chamberlain. Und den erwischt er sogar. Nächste riesen Chance. Ich glaub da haben wir mit Chamberlain haben wir da außen in London eine riesen Talente bekauft. He? Der war auch nicht sehr billig. Muss man sagen. Und wieder Chamberlain? Nein, dem bin ich. Es gibt einen Wurf. Jansen. Was? KV-Spiel? Was? KV-Spiel? Und jetzt glaub ich ist die Luft ziemlich außer, oder? Bei Klappbach. Die waren am Anfang mal ein bisschen, gell? KV-Spiel? Janschke? Und aufpassen. Nicht, dass er den noch spielt. Und wenn er nämlich wegrennt, der dort oben hat. Dann spielt er den auch. Logischerweise. So, Mascherano. Beister. Wer startet? Kuchen. Kubose. Und es gibt eine Minute drauf. Arango. Jawohl, Mascherano. Rabiat. He? Der pfeift ab, der dummer Sack. Aber gut, wir führen an zu null. Und haben uns das verdient. Ja, die Aufstellung Schaut immer noch gut aus Und ich mag auch das mal wieder nicht wechseln Das passt also Und ich glaube, wenn wir in der zweiten Halbzeit auch so gut spielen Dann wird das der nächste Sieg In der Realität ist andersrum, ich glaube, es ist wieder ziemlich gut dran Wir sind unter den ersten vier Mann Und hätten Chancen, glaube ich, auf Champions League Ich glaube, es ist Hamburg nicht so gut dran Lasuga Da ist der Berlin Der Wischtenig Ja, da war der Schweizer ein bisschen rabiert Und da muss ich dazu sagen, der hat ein neues Gesicht Der hat davor auch nichts gehabt Und hat jetzt sein Originalgesicht gekriegt Der Pfandervater hat auch nichts gekriegt Stranzl Arango Weg ist er Dominguez Pansil Arango Nordweit So, Hermann Über rechts Oh, der ist gut Oh, der ist gut Jetzt hätte ich mich schon erwischt Oh, was mache ich denn? Bloß keine Felder machen Sonst glaube ich, ist das nicht gut Und es gibt, meine ich, die erste Ecke für Klopp auch Oh Das war knappe Sache So, Beister startet Erwischt ihn natürlich nicht Weil der eigentlich der Schnellste ist Da bräuchte man auf der rechten Seite auch so einen wie Chamberlain Das war das auch Und ich glaube, wenn die Saison vorbei ist Wir haben bestimmt ein zweites Spiel mit Hamburg Weil das irgendwie war nicht Außer wir kommen natürlich nicht irgendwie ins internationale Geschäft Dann könnte man ja schauen, ob man irgendwie eine andere Mannschaft kriegen Die eventuell Champions League spielt oder Europa League Aber wenn man so spielen wie jetzt hat Dann bin ich ganz guter Dinge Dass wir nächste Saison auch international spielen Der Jung War das nicht irgendwie der geilste Einkauf für die Kloppacher Der Jung Das war doch irgendwie der große Warnig Der große Mann, den sie gekauft haben Aber irgendwie hört man von dem auch nichts mehr So, geht's mal hinten da Und Gladbach wechseln Moment mal, mein Buben Hey, ich will mich da wechseln Ja, wir könnten sogar, pass auf Dann mach halt Pass auf, ich tue einfach Ich bin einfach mal so frei Alvaro eine Und auf der rechten Seite tue ich jetzt Campbell eine Kann die ja rechts außen auch spielen Also auf Flügel, meine Scheiße, ist er weg Jetzt hat's Kannte eventuell Wie stark ist er denn da? 78 Und doch, oder? 79 Gut, bleibt er da hinten Und die Kloppacher probieren's Hey Die Decke So, die frischen Männer können man Vielleicht reißen die noch was Chamberlain Chamberlain, jawohl Scheiße Ich wollte noch rumspielen Aber der Einsatz war gut Mit dem Dribbling Ernst, gell? Vorsicht vor dem Händer Mascherano Alvaro Der hat zwar nur Stärke 76 Aber gut, das ist unser Ersatzstimmer Dafür ist der schneller als Ding Als Lasoga Und Klappach wieder über den Stecker Na, das war nix Das war nix Und wie ich schon als Setup Weil ich das Schusstraining geübt habe Es ist natürlich auch sehr wichtig In einer richtigen Position zu stehen Also wenn man natürlich Verkehrt steht vom Tor Dann trifft man natürlich auch Eher schlecht Was bei 2013 natürlich nix Was der Fall war Das war ja mehr Arcade-mäßig Und 2014 ist mehr Simulation Besser gesagt, sehr viel Simulation So, kleiner Rempler von Sisoqo Moment, boah Ich muss noch mal wechseln Und zwar Geht jetzt Sisoqo runter Ich glaube, ob er drin kann Wobei, ich glaube, das lohnt sich gar nicht mehr Weil wir schon die 86. Minuten haben Wobei, jetzt kommt er schon Jetzt kommt er Kurz Sisoqo war jetzt nicht so Spielfreitig das mal Er war aber auch nicht in Form Aber er hat schon bewiesen, dass er gut ist Und es startet Und es gibt drei Minuten Nachspielzeit Hermann Wahrscheinlich werden die Klapp auch noch ihre Chance suchen War Tor Das ist gleich geschossen Seht ihr es? Nächte Chance Vorsicht, Mauern Jawohl, Jansen Ja, das war's auch Der 90. Treffer hat wieder Chamberlain geschossen Det Hmmm Recht Geht Du hast Du hast Du hast Engel Du